Warte mal, wer macht jetzt Ansage? Oh! Guten Morgen! Scheiße! Das lass ich so drin! Ja los! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge! Let's fail in Terrorist Town! Ja, ja! Mit folgenden Chaoten! Ableddig! Mahlzeit! Meck-Ninja! Hallo! Katsumila! Hallo! Moins, Moins, Moins! Hallo! Tichti! Sachse! Hatta? Ja? Hallo? Hast du dich angekündigt? Astromix? Äh, Astromix? Astromix! 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 Astromix und Komelix, ne? Und Stevie! Oh, hi! Grella! Sind die aber die Runde frei? Oh, mein Gott! Halt mich nicht! Bei wem? Bei wem? Bei wem? Irgendwem kläfft's! Oh, sorry! Warte, 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 warte! Ja, warte, ich muss meinen Affen kurz wieder einsperren! Okay, ich warte! Du kannst Smiley nicht einsperren! Danke! Sorry, Smiley! Das war's! Sorry, Smiley! Darf ich wieder weitermachen? Oder muss ich noch weiter warten? Sorry, das war eh drüber! Bewegst du dich grad nicht oder? Ist die Runde jetzt eigentlich freigegeben? Ja! Ja, hab ich schon gesagt! Runde war schon längst freigegeben, aber ich soll noch warten! Ja, weil ich musste Fenster zumachen! Darf ich mich wieder bewegen, oder? Ja, du darfst mich wieder bewegen! Platic bewegt sich nicht! Der ist einkaufen! Nein, ich hab nur gewartet! Weg, weg, weg! Hast du gewonnen? Komm, du hast du gewonnen! Platic! Attara! Hallo! Hallo! Das ist doch immer wahr! Oh! Machst du da, Robert? Ich guck mir das Menü an! Er spielt TTT! Warte, was gibt's denn hier schönes? Was wird so... Alter, das ist ja voll eckig! Guck dir mal das Fleisch an! Guck dir mal das Fleisch an! Guck dir mal das Fleisch an! Aber ich weiß mal nicht, ob er TTT oder DDD sagt! Ja, da! Das ist eckig! Das ist Toast dieser Führung, das ist voll eckig! Das ist Toast dieser Führung, das ist voll eckig! Das ist Toast dieser Führung, das ist voll eckig! Na, hast du eine Erwerbung gemacht? Wieder 50 Euro! Ja, danke! Also wir brauchen eigentlich nur noch Konga-Musik einspielen, dann könnt ihr hier alle im Kreis rumrennen hintereinander als Schlange, weil so sieht's gerade aus! Ihr lauft hier gerade in der Reihe und gliedt alle links! Aus der Schicht, der tanzt aus der Reihe! Was machst du da auf? Mich langweilen! Ich bin am Schalter! Es kommt kein Traitor zu mir! Nein, 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 nein! Ja, ich bin auch hier am Schalter! Hätt ich mich schon erschießen können, mein Freund! Ja, ja, hättest du mich, weil du mich aimen kannst, Alter! Hetze, 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 Hetze! Ja, ja, ne, den Schuh zieht mir nicht an! Ja, Decke, wer kennt's? Ja, hi! Ich geh in den stillen Keller! Ah, ah, ah! Geh dich schämen! In den Keller! Aber du habst ja meinen Keller! Ich geh mich da bestimmt nicht schämen! Warum nicht? Weil ich dort meine Playstation versteckt habe, so! Was hast du denn? Ab in den Keller! Ich hab meine Playstation gefunden! Warum? Damit ihr sie nicht findet! Aber, 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 aber! ABBA ist ne Band und die gibt's nicht mehr! Ich hab aber... Eine schwedische Popgruppe! Ah, ich hab ihn! Wo ist die Playzy? Was, da war irgendwas mit Playzy? Ey! Cool, man kann sogar die Wassergeräusche wegmachen, wenn man alt drückt! Ja! Jep! Spiegel und Smiley bei mir! Jaja! Smiley? Ja, Smiley ist es normal! Steck mal deine Waffe in den Pro! Und sie sind dabei, das ist die von Mexiko! Mist! Hier, guck, ich hab'n Beweis, dass Smiley es ist! Ja! Ich hab' mich erschossen! jetzt hat er eine gepierzte nase finde ich ganz toll es ist ein bisschen blöd für den später wenn wir alle auf einem fleck stehen richtig geben wir dir keine chance dass du was machen kannst wortwörtlich breite arschlöcher ich habe gar nicht geguckt tatsache normales klopapier ich hab das ich hab das aussage getestet ich bin auch fast die ganze zeit alleine gewesen stevie ich hab nur wenn ich immer gesehen habe war immer so ein komischer spieler namens bladet wer war ja ja dem stimme ich zu 1 mein liebwertig ich mach mal die utze an dein zweiblicher namen wäre ohja blablabla 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 hallo 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 do hallo ich muss mal ein bisschen action für meine zuschauer hier bieten ihr macht ja nichts als emoset ja hier war eine smoke habe ich was verpasst wer soll mit wem in den keller du sollst die männer klären ich bin kein mann doch gesagt dass man das die echte männer klären ja er bin ich kann sich gerne wie eine frau verhalten das ist dann einfacher kann ich dir die augen auskratzen ganz ehrlich trader setzt doch einfach mal ein friendship beam in die gruppe rein das ist doch das einfachste wir machen wir machen so wie die auf dem haufen hocken ich bin ja nicht sonst würde ich es tun ich habe es mir zur aufgabe gemacht alle scheiben zu zerstören auf dieser map scherben bringen glück hier liegt eine leiche action action endlich geht es hier rund jetzt wird es interessant woher ist die erne in der scheibe alter hab ich mich erschrocken nein das darf verwechselst du mit schabletten geben Sonic ist ja ich bin innocent äh nein total irgendwo ist er im essen nee NICHT 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 Oh 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 Arthro NICHT 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 ach wirklich n oh fuck da war das falsche mit der agrar muss man salvenfeuern was passiert aber wenn du eine tote leiche irgendwo siehst du nicht gerade t bist immer identifizieren weil sonst könnte was für dich ausgeregt werden dass du traiter bist aber wenn ihr mir jemand am mampfen ist dann laufe ich erst da hin dann untersuche ich die leise ja ich auch ich werde mich mal ein solcher fass mich nicht an ja dann deswegen ja fast ja ja er fasst er fasst ne der war nicht so geil wer fasst hat beim fassthute hier der war richtig scheiße der war nicht mal ein richtiger Witz bledig oh nein lauf rein bledig aber ziemlich weit weg nein er ist übrigens über uns im Haus noch ich hab die Musik gehört wo die Musik spielt ist hier nur einer drin so gut dann baue ich ein DTT item rein wer ist am Dach ich bin es nicht da oben ist einer ist auf jeden Fall ja stevie ist stevie was was du bist der einzige der vom Dach gekommen ist im entsprechenden Zeitraum eigentlich schon ne schnell ins andere Gebäude springen zählt nicht ich hab's leider nicht mehr nicht mehr passend zur Musik geschafft du guckst nur mal ob da keiner guckt ja 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 einfach mal reflekt wo ist der Wille denn du voll die Tür na gut das hat nicht reingefrogen ist der hier am Dach ist wer ist da am Dach auf dem Waffenladen warte mal drüben im Laden ist keiner Sonic oder Smiley ich und Smiley waren es nicht oh Headcraft hatte einer in dem Zeitraum ne Pistole in der Hand dann war es einer von euch oh holly also ich trauer ja Smiley keine Millisekunde mehr warum er springt vom Dach und es geht nur Holy los ja nö ja nö ja nö kann man eigentlich die Huge Munition nehmen entladen hinschmeißen und dann den Negev aufladen ich hab's noch nicht ausprobiert aber ansonsten gibt es keine Munition für ne Negev Nellig glaub ich auch nicht für die Huge ey die ist doch nichts genau die Negev hat doch auch die gleiche Munitionsbögen komm einer zu mir nimm mal einer den den hier auf und entleer mal ja ich hab nur Negev in der Hand ich werd die garantiert nicht weglegen ich auch du kannst mir die Negev ja kurz leihen ich geb sie dir auch äh nein bledig 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 leben alle noch ich glaube was ich glaube ja ne man kann die Munition nicht wegschmeißen Tatsache die Negev Bruderschaft schon wieder einer die Negev Bruderschaft genau wow was war das denn was kam sie noch Alter der ist ja lustig gelandet sie leben alles alle aliens leben das mecher die wollen wir uns jetzt zum Meckes lass die uns zum Meckes gehen ja die wollte nie wir haben noch nie ja irgendwer kapselst hier es nicht mehr maps wir bloß in dem Haus sorry ja Schichty Er wollte auf dem Weg nach Chemnitz Was soll das? Ich steh hier! Wichtig ist auf dem Weg nach Chemnitz Wie gesagt, seid in Smilies Nähe vorsichtig Nee, 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 hat er Smilie, warum bist du Barry wo das? Ja, ich wurde von der ersten Barry getroffen Nee, da stand er am Dach, das ist Quatsch Das ist Quatsch Ja, von dieser Techn-Ding-Scheiß-Ding da hinten Das ist Quatsch, da standst du am Dach, wo das Ding runtergekommen ist Ja, genau Da stand ich nebenan Doch, davon wurde ich getroffen Wenn ihr das bei mir, wer das auch schon hört Nee, waaah Weil ich schon diese komischen Dings angriffen Nee, waaah Also immer noch, Help Crap heißen sie Ja, ist richtig Help Crap Ah, Smilie ist auch so Barry wundert und irgendwie verdächtig Smilies übelste verdächtig Ach komm, ich mach so ein Random Miner jetzt Toteslauch Du musst E drücken, Greg Wow Du musst E drücken Nee, ich will kein E drücken Ich will aber kein E drücken War gut, dass ich dich getroffen habe Kannst du mit E einfach aufmachen Du bist da hinten mit einer Pistole weggelaufen Was? Achst du, steht da als Reklame Mädchen oben in der Reklame Ja Oh, sie ist Traitor Ihr Name steht Traitor, tötet sie Ja Tötet sie Tötet sie Mook Oh fuck Naja, wir haben eben gesehen Es geht Sonic, geh weg von mir So, ich hab Traitor gemacht Ne, Atrix Boah Stevi Atro, zu mir komm Stevi Atro, lebst du noch? Ja Loot ihn mal, guck mal ab die Münzen raus, dem kannst Stevi, hau ab Stevi, hau ab Münzen Stevi, hau ab Negev 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 Ich, äh, schmeiß mal die Leiche hier in die Fritteuse Hä, ja Also sag mir bevor, bevor du die E-Stipil auch was erkommst Hör aber, bevor du die E-Stipil auch was erkommst Dicht die, rum, läufst du ohne Waffe in der Hand rum? Ja, ich hab dann das Mookrums Ja, 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 das hat er aber angekündigt Ja, nein, 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 nicht, das hat er angekündigt Das hat er angekündigt, das hat er angekündigt Das hat er angekündigt, er hat vorher gesagt Geh nicht, du hast schon weggeschnüppelt Da gehts gar nicht! Da, bitte! Da, da! Da, da! 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 Ah, krass! Oh, Plasma! Da war der Plasma! Das war ne krasse Explosion. Äh... Äh... Hey! Gibt er mir einen Schuss von der Seite und denkt, ich check's nicht! Letzte Runde? Ernsthaft? Ja! Wir haben nur um 8er! Aber ich hab' den gemacht, der... 40! Äh... Es hat keiner mitgekriegt, dass sich jemand mit der Melon weggemacht hat! Mit der von Parkplasser! Alle gucken! Die Leichte fliegt weg! Ich hab' das gehört! Pizza! Pizza! Atta, was wolltest du? Der Headcraftlone-Shower! Ich würde sagen, wollen wir zum Traitor werden, aber da waren schon wieder Eno! Ja! Toll! Ich bin Dete, pack mich hier an! Hast du eine grüne Welle? Nein, du bist doch Detective Wildgür, aber 100%! Nein, nein! Obwohl, da fällt mir ein, ich könnte ne goldenen Tiegel holen! Ja! Und Headkappen! Nein, nein! Und das Safety-Kit! Äh... Dann nehme ich über die hier! Lass mich hier raus! So, und noch Radar, dann weiß ich immer, wo alle sind! So, der ist bei mir! Wer sich mir nähert, kriegt auf die Nase! Warte! Muss ich mir fix was Neues zu trinken einschenken! Ja! 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 Warte! 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 Der Pinkel in die Flasche! Warte! Wenn der jetzt noch gröns das jetzt verlierst, dann macht man uns nur ReLive Gedanken! Das ist gar... Das ist nur Soundboard! War nur Trick! Ich will scharschen! Wenn ich will, kann ich jetzt... Boah, drei Leute in Reihe killen mit einem Schuss! Keiner war Traitor! Ich hab hier eine Pizza verweben. Ich, 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 meine. Da haben wir drauf gesucht. Ja, da hab ich drauf gesucht. Hm, lecker, hm, lecker. Ich seh den nicht, wo ist der Gelände? Hab dich gesehen. Nee, von der Pizza, die dir ins Gesicht geflogen ist, hast du den Schaden. Bei mir das Shotgun mach ich mehr Schaden. Smiley war's. Ist tot. Das ist ein Poltergeister oder nicht? Was ist das für ein Poltergeister? Automatische Sniper. Willst du eine Galil? Nö. Geht weg von mir! Willst du Double Barrel? Nein! Dann hätte ich mir eine geholt. Willst du ein persönliches, äh, menschliches Schild haben? Meine Güte, nein, dann hätte ich es mir geholt. Ja! Bodyguard? Nein! Was willst du dann? Dass du mich in Ruhe lässt, du Stalker! Ach, schau. Ja, stalken kann ich. Warte, 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 warte. Ist dein hier? Ein Double Barrel? Was, ich? Ja. Ne, auf dem Klo ist er nicht. Hätte ich auch gerochen. Heller gerochen. Nein! Ich bin schon längst im anderen Gebäude. Sonic, nervig. Ich bin nicht so. Bitte? Warum so unfreundlich? Weil du mit vollem Wegstammel! Gab's mir nicht rein, da hat Bleddy gerade gekackt. Warum zerstörst du alles? Ich krieg nichts. Weil du mich beleidigt hast. Da ist jemand richtig gut gelaunt. Nein! Eskalation! Das ist meiner! Hier, Granate für den Hähnchen! Bibi, das musst du mal versuchen aufzusetzen. Feuer, Granate! Insel, insel! Alter, ganz saftig! Ach komm! Bisschen testieren, wie der was aufbringt. Hähnchen, Käke! Ich will nicht, dass du da was aufbringst. Bibi! Ja, jetzt brennt. Plastik und Gummi und das stinkt immer so, wenn es brennt. Habt ihr das gesehen? Guck mal, er steht wieder! Er steht wieder! Au! Loll! Wie er weggeflogen ist! Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich weiß auch nicht! Alter, hell! Hört die Musik! Ich hör nichts! Die ist auf jeden Fall nicht im Imbiss. Bibi hat die nicht! Also wer die Ecke weggelaufen ist, ist Antromix. Antromix war am weitesten entfernt um die Ecke. Hörnchen! Bist Suspicious, mein Freund? Mein Bruder! Mein Bruder! Mein Bruder, Nege! Hallo mach halt, mein Bruder! Mein Bruder, mein Bruder! Mein Bruder! Willkommen her! Hallo Bruder! Oh, er ist 15! Schön! Oh die geht, ist schön! Oh, Negev! Negev, Alter! Oh, Welle, Putz! Ey, wie komm ich denn jetzt an die Negev ran? In dem du deine andere Waffe wegschmeißen tust! Nein, da war eine noch... Die war ja im Regal, die musste ich aus dem Regal ziehen Das ist scheiße, dass die AR-15 sich genauso eintritt wie die AK Ja, das ist ein bisschen doof, aber die AR- Schießt aber nicht so schnell Aber die ist gut! AR-15? Naja gut, viel Rückstoß Wir können jemanden hier ausprobieren, wenn du mich glaubst Nein! Ja, durch meine Pizza Immer durch die Pragmatiker Meine Pizza ist ein Fuß gebrochen Ja! Wahrscheinlich! Auf der Pizza ausgebrochen! Ja! Total schön This door is mysteriously locked Was ist das? Welche Tür? Oh, was ist das Radio? Was passiert, wenn ich das Radio grün mache? Dann kommt Musik Äh, da braucht grad irgendwas Weiß mir ne, irgendwie Glockenspiel Ich hab Angst Habt du sehen, wie du geschossen hast, Katsu? Wusste ich's doch Man, ey! Mann, ey! Hey, Huwe, Katsu aus! Katsu, grün dir! Meinst du? Wer hat die Runde gewonnen? Ey, Zleddick! Glückwunsch, das wird deine Runde Ja, ich bin dabei! Das ist er dabei! Ich danke fürs Zuschauen Ich hoffe, euch hat diese etwas chaotische Runde gefallen Schaut noch bei Anna vorbei Das hab ich jetzt zum ersten Mal Zum ersten Mal gesagt Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder dabei Haut rein! Macht's gut! Tschüss! Tschau! Und Gute Nacht!